Musik Oh, gehen die auf den Sack, Alter Einfach durchlaufen, hey Oh, wie viele noch, ey Das hat er gar nicht mehr auf, Alter Das ist ja schlimmer als in dem Bibliothekenteil Warum habe ich nicht Willst du mich verarschen? Wieso gab es vorher keinen Kontrollpunkt? Arschloch, Alter Kackspiel, Junge Ich spiele es trotzdem, weil ich es geil finde Weg mit dir So Ja, jedes Mal trifft es mich Boom Hau ab, Alter Ganz ein kleiner Drecksviecher, ey Hören auch nicht auf zu respawnen Wieder so einer Mal draufrotzen Ich laufe jetzt auch mal durch Der mir keinen kommen, was will Rush jetzt auch mal Noch einer Noch einer Wuhu, Gegner Alter, fuck, Mann Da sind so viele, hey Oh, ich muss kurz hier bleiben Um Schlimme Sachen zu erweiden Ja Ich kann mich nicht bewegen Wand und so Knappi, Junge Was gibt's hier? Nix Wunderbar Irgendwas zum Heilung hab ich gekriegt Das heißt, das Wichtige war schon da Schrotzen Money Gut Gut, gut Dann machen wir weiter So Das hat hoffentlich einen Haufen Gefickt Ja, von dir Es sind so viele einfach nur Aua Lieber sicher gehen Ah, wieder so ein kleiner Leck, ey Lol, wo gehen die denn hin? Ah Konate Aua Heilen Heile, heile Welt Eine Ladung Schrot In dein Gesicht, Alter Oh, da hab ich jemanden getroffen Guck mal Jetzt kommen die schon wieder Ja Genau Genau Heute hab ich irgendwie Pech Wo geht's denn lang? Da lang Da Ach, da 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 Weg mit dir Weg mit dir Und du wolltest eine Kostprobe haben? Direkt in der Fresse? Alles klar Kriegst du, Alter Doch bin ich kein Noob im Zählen Was ist denn da explodiert? Ich gebe mich zielverschanzen Gegner Wieder diese kleine mini legs Sieht aus wie ein zweiter Hangar Von der dritten Ebene aus Müssten wir in die Steuerzentrale gelangen Gut Dritte Ebene Ich habe Ihnen einen Befehl erteilt Hauen Sie ab Er ist im Delirium erleidet Wir müssen ihn finden Das war erst mal Boom Hau ab Alter Kommen wir nicht da mir her Wenn hier du eine Bombe am Arsch kleben hast Geh weg, ey Wieder so ein Leck Spacken, ey Beide Anführer übrigens Da habe ich jetzt richtig schlecht gezielt Dritte Ebene Ich muss hoch gehen Nicht runter Mach ich denn, ey Da geht's hoch Da gab's die eine Pöbelparty Das heißt hier lang ist schon mal falsch Das gefällt mir da nicht so Tja, Leute Mich fickt ihr nicht ohne weiteres Ach, 14 Schuss oder so Ich diese Viecher hasse, ey Einfach mal Woah, woah, woah Alles Alles wieder safe Hallo Freunde Alles fresh bei euch Alter Wie der Raucht Um zu schießen Danach Ach, komm schon Boah, ich glaube Ich habe mega lang nicht geredet Entschuldigung Ich war konzentriert Boah, da stehen welche auf Es leckt irgendwie Ich habe zu viel Shit gemacht oder was Da ist die Steuerzentrale Da geht wir lang Wieder so ein kleiner Länge Leck Leck Der Captain Seine Lebenszeichen werden schwächer Tschüss schneller Einfach mal draufballern, wa? Give me your money Äh, ich habe kein Geld Na dann auf geht's Na dann auf geht's Russian Ja man Ficken Jetzt macht's nicht mehr Boom bei mir direkt Nebendran, alter Pisst euch Vielleicht werde ich von hinten angegriffen Ne, doch nicht Ja, wir nehmen uns erstmal Leben Und schaut da Der Captain Keine menschlichen Lebenszeichen Der Captain Ist einer von Ihnen Die Flut dürfen sich nicht ausbreiten Sie wissen, was er erwarten würde Was er verlangen würde Fertig Ich habe den Code Wir sollten gehen Wir müssen zurück zu Atem Gehen wir zum Hangar, damit wir hier wegkommen Das war der Captain Guter Mann Guter Mann Nur ich soll hier Geklauten Captain Gecrackten Captain Äh, gestealt habe Äh, kaputt gemacht habe Er hat es pisst auf mich Das finde ich gar nicht geil Es ist hier so eine Freundschaft, die wir haben Ficken Wir müssen zurück zu Atem Gehen wir zum Hangar, damit wir hier wegkommen Geht's wieder weg Kein Bock auf euch Gegner Zu viele Gegner Wir müssen zurück zu Atem Gehen wir zum Hangar, damit wir hier wegkommen Also überall ist irgendwer, der mich töten will Das sind ja schon mal nicht so gute Voraussetzungen, die ich hier habe Ich helfe mit Ich helfe mit Triffst mich nicht Lappen Kacklappen Ganz langsam Weg mit dir Pam 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 Und Du lebst noch Du nicht mehr Äh, Entschuldigung Musst mal wieder Mündlich ausblähen Wenn ich Money holen So, jetzt können wir auch weiterlaufen Freunde, wie geht's euch, Freunde der Nacht Habe ich euch ordentlich gegeben Zwei Granaten und ihr seid alle tot Und die spawned Und die spawned Darf man nicht vergessen Leben, haben wir schon genug? Es bringt nichts Lappen Ach, da hinten sind die abgehauen Die Lurche, ey Die Säcke Was sind Lappen, weil er spricht da rum Leute, jetzt überlebt Links kommt ein paar Sachen Die nicht geil sind Angeflogen Habt ihr es gesehen? Nein, wir haben nichts gesehen Wenn du springst Schnappen sie sich eine der Banshees Damit wir zurück zur Pillar of Autumn kommen Also Leute Wir haben zwei Möglichkeiten Einmal wir ballern den da unten ab Oder Wir springen einfach runter Und drücken X Und haben Glück Und ich finde die zweite Version Viel, viel geiler Läuft, ne? War noch gar nicht mal so schwer Ich wundere es übrigens Sech den Fallschaden überlebt habe Ich dachte aber, ich sterbe davon Aber war wohl doch einfacher als erwartet Mmmh Da haben wir uns ein schönes Schiffchen. Das Ding fällt auseinander. Es hält. Wir schaffen es nicht. Doch. Hochziehen, hoch! Das war Absicht. Stimmt's? Easy. Ich finde aber immer komisch, die Stimme von dem. Wir müssen zur Brücke. Von dort aus können wir die Implantate des Käpt'ns benutzen, um die Überlastung des Antriebs einzuleiten. Die Explosion dürfte dann genügend darunterliegende Systeme beschädigen, um den Ring zu zerstören. Der wirkt immer so desinteressiert so. Doch. Schaffen wir. Yeah. Wir machen voll die geile Party. Ich bin so geil. Ich bin der Käpt'n. Yeah. Ne, der Chief. Oh. Ja. Geil, Alter. Oh. Oh, geil. Zombies. Wie mich das angeilt. Gegner. Oh, geil. Oh. Ja, Mann. Ja. Gib mir, Junge. Freunde. Freunde der Nacht. Boah, da hab ich voll Bock, mein, äh, ein Hörspiel zu hören. Weil, es gibt ja das Buch Erieburs, einige von euch kennen's, einige nicht. Es ist einfach mega geil. Das Buch ist eins der geilsten Bücher, die ich je gelesen hab. Einfach nur, weil, erst mal zocken. Und es werden jetzt die wenigsten verstehen, was das Buch mit Zocken zu tun hat. Ich darf auch nicht so viel spoilern, das wäre nämlich asozial. Ähm, das Buch hat mit Zocken zu tun halt einfach. Kann ich mich da nicht selbst treffen? Ne, kann ich nicht. Ah, ich dachte. Schrötze, neins. Ähm, das Buch ist einfach mega porno. Aus dem einen Grund, dass erstens in dem Buch umzocken geht. Und es geht um ein bestimmtes Spiel, das nicht nur... Das einfach, erstens, ziemlich krass programmiert ist. Fuck, Alter. Das hat mir getan. Äh, sondern auch ziemlich geil abgeht. Wie ein anderer Anime. Swordered On... Äh, ein anderer Anime. Ein, 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 ein Anime einfach nur. Du da, bleib stehen. Äh, also bleib liegen. Eher gesagt. Der auch ziemlich krass abgeht. Der meines Wissens... Der Anime Swordered On... Nein, ist meines Wissens nach auch der beste Anime 212. Und das nach, keine, irgendwie... Zwei, drei Völkchen... Nach zwei, drei Völkchen schon. Stirb, Junge. Friss, Alter. Der geschluckt hat, ey. Krass. So. Aua. Und weg mit dem. Easy. Aber Concentration braucht man aber einfach. So, jetzt haben wir das hier, das hier, das hier, das hier, das hier. Pistole. Ich kenne die Stelle schon, deswegen weiß ich, dass die Pistole uns sehr viel nutzen. Sehr, sehr gut geworfen. Richtig gut geworfen. Das war echt sehr schön. Werfen die, die werfen die, die, die Granaten ziemlich gut, muss man halt echt sagen. Die Waffe kann ich übrigens nicht aufheben. Aua. Oder war ich blöd. Das Nachladen. Alter. Zwei von denen, ey. Bumm. Fuck, Alter. Krass, die werfen. Warte. Warte. Gibt's noch einer? Rocket Lounge, oder wie ich ihn nennen soll. Alle tot? Okay. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Da lief dort einer. In die Richtung. Da hin! Instant Header. Heil. Die Brücke, wir haben es geschafft, an die Arbeit. Nein. Sehr gut geworfen. Ficken. Der war sehr, sehr schön geworfen. Das muss man ihm lassen. Bin ich da jetzt? Grüß. Hä? Okay. Ah, am Eingang. Okay, am Scheideneingang. Das ist klar. Ja. Gut, die Person wäre da praktisch gewesen. Egal, wir haben hier leben. Die Brücke. Wir haben es geschafft, an die Arbeit. Ich sehe einen. Hab dich nicht gefunden. Ich geh rein. Gehen wir! Gehen wir! Bitte übertragen Sie mich ins Steuersystem. Das Terminal befindet sich neben dem Hauptschirm. Ich bin ein paar Tage weg und was passiert? Es wird nicht lange dauern. Da. Es dürfte uns genug Zeit geben, eine Rettungskapsel zu erreichen und etwas Abstand zur Halo zu gewinnen, bevor es knallt. Kommt leider nicht in Frage. Mist. Lächerlich. Die künstliche Intelligenz eines Kriegsschiffs mit so viel Wissen auszustatten. Haben Sie denn keine Angst, dass man sie anzapft oder zerstört? Er ist in meinen Daten. Lokaler Zugriff. Können Sie sich vorstellen, wie aufregend das ist? Die ganze verlorene Zeit. Die menschliche Geschichte. Ah, ich werde jeden Moment der Kategorisierung auskosten. Der Gedanke, Sie könnten die Einrichtung und diese Aufzeichnung vernichten, erschüttert mich. Er hat die Selbstzerstörung abgebrochen. Warum bekämpfen Sie uns, Reclaimer? Sie können gar nicht gewinnen. Geben Sie uns die künstliche Intelligenz und ich werde versuchen, Ihren Tod relativ schmerzlos zu gestalten. Wenigstens habe ich noch die Corn Channels. Wo ist er? Ich habe Zugriffe überall im Schiff. Wahrscheinlich Wächter. Der Illuminat ist im Maschinenraum. Er versucht sicher, den Kern abzuschalten. Selbst wenn ich den Countdown neu starten könnte. Was soll ich tun? Wie viel Feuerkraft brauchen Sie, um ein dieser Schilde zu sprengen? Nicht viel. Eine gut platzierte Granate reicht. Haha. Fickviecher, Alter. Drei Schüsse halten die Fickviecher aus, hey. Das Schiff wurde beim Absturz schwer beschädigt. Auf zur Kryokammer. Von dort aus müssten wir in den Maschinenraum kommen. Ah, Zombies, 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 Zombies. So viele Zombies. Alles in Lappen. Money, 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 Money. Money, Money, Money. What? Hmm. Not sure, which side to go. Gut. Hier muss ich Spaß haben. Wir gehen wohl lieber zurück, mal kurz. Hör auf damit, Alter. Verpiss dich. Kabu. Hab ich dir gegeben, ey. Leck mich, Alter. Komm schon. Wir gehen mir immer auf und sacken diese Fickviecher. Upsa. Nein, wenn ich vor dir mit der Schrotze stehe, kannst du gar nichts mehr machen, ey. Dreck, Herr Sarke. Gut, da liegt keine Money mehr für mich. Das kann sein, dass ich leiser geworden bin. Weil ich... Wow. Geil bin. Ah, einer hat gefressen. Wie viele noch leben. Zwei. Jetzt nicht mehr. So, auch die machen wir weg. Okay. So, auch die machen wir weg. Ach ja. Die Stelle kennen wir irgendwoher. Ne? Gut, da ist nischt. Irgendwo ist voll Party. Zwei Meter, von wo kommt der Angriff? Da. Okay, wie komme ich da hoch? Ah, hier. Ohne die Hände zu benutzen, ne? Merke. Boom. 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 Boom.